Hallo zusammen, ich möchte heute mal über zwei Zitate von Eckart Tolle reden. Zum einen ein Zitat über den inneren Raum, also der Raum in einem selbst, und zum anderen ein Zitat über Bewusstheit und Unbewusstheit und was Krisen mit der Unbewusstheit und der Bewusstheit machen. Und ich fange mal mit dem ersten Zitat an, das lautet Die Verschmutzung des Planeten ist nur die Spiegelung im Außen von einer psychischen Verschmutzung im Inneren. Ein Spiegel für die Millionen von unbewussten Menschen, die keine Verantwortung für den inneren Raum übernehmen. Und das ist sehr schön und sehr bildlich dargestellt, denn diese Verschmutzung im Außen, Wenn wir im Sommer abends aufstehen und vom See weggehen und die Wiese anschauen, auf der die Menschen gelegen sind, dann sehen wir hin und wieder mal einfach dargelassene Dinge, einfach Müll, der dort liegt und der einfach liegen gelassen wird. Oder wenn wir uns Strände anschauen, wo Müll angespült wird, der nicht weggeräumt wird, wo nicht so getan wird, als ob da alles in Ordnung ist, sondern tatsächlich, wo keiner Hand anlegt und wo man eigentlich sieht, was das Meer, was die Menschen alles ins Meer bringen und dann das Meer alles an den Strand spült, dann ist das ein Zeichen für die Unbewusstheit vieler Menschen, die keine Verantwortung für den inneren Raum übernehmen. Und woran liegt es, dass so viele Menschen keine Verantwortung für den inneren Raum übernehmen? Das liegt in unserer abstrakten Gesellschaft an dem Konsum, an der Konditionierung von Kindheit an, dahingehend, dass wir Bestätigung und Anerkennung von außen erwarten und gar nicht mehr lernen oder gelernt haben, die Bestätigung von innen sich selbst zu geben und das Außen sozusagen als Spiel an der Oberfläche sehen und unser Innenleben, unser Innerstes, unser innerer Raum, da der tiefe, stille Ozean ist. Und wir quasi, egal was oben passiert, immer in uns ruhen dürfen und können. Und diese Fähigkeit haben viele Menschen nicht und die Kinder kriegen das oft auch nicht mehr mitgegeben in ihrem Erwachsenenwerden. Und wenn dann die Kinder heranwachsen und auch die Erwachsenen dann in dieser Konsumgesellschaft leben, da wird ja immer propagiert, hol dir Bestätigung von außen, hol dir diese Creme oder dieses Gerät oder dieses Essen, dann geht's dir gut, dann kannst du alles ändern, dann bist du was wert, dann hast du einen Status. Und nicht nur materialistisch gesehen ist das ein Problem, sondern auch sozial gesehen. Denn wir versuchen, wenn wir gerade auf die sozialen Medien übergehen, dann versuchen wir auch, soziale Bestätigung von außen zu bekommen. Ja, wir geben sie uns nicht mehr selbst. Unser Selbstwertgefühl hängt davon ab, wie sehr wir materiell versorgt sind, wie sehr wir mit materiellen Dingen unseren Status zeigen können. Aber hängt auch, und das ist noch viel gravierender, auch ganz stark davon ab, ob wir Anerkennung von außen bekommen, ob wir einem Ideal entsprechen. Und oft ist diese Anerkennung heutzutage nicht mal persönlich, sondern sie ist abstrakt. Sie passiert über das Internet, was das Ganze noch viel toxischer macht, weil das Internet so abgekoppelt ist von diesem mehrkanaligen persönlichen Beziehungskontakt, aber dennoch genauso wirkt für viele Menschen, die dahingehend konditioniert wurden. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und anhand dieser Verschmutzung dieser Umwelt, des Planeten, können wir tatsächlich erkennen, wie unbewusst ist denn die Mehrheit der Bevölkerung in diesen Regionen. Und wer seinen inneren Raum sauber hält, der hält völlig selbstverständlich auch seinen äußeren Raum sauber. Und damit meine ich nicht nur, dass er seinen Müll mitnimmt oder schaut, dass Dinge in Ordnung sind. Und damit meine ich nicht ordentlich unbedingt. Aber in Ordnung auch im Außensinn. Das Spiegelt, das Innere spiegelt nach außen, von innen nach außen, sagt man. Sondern, dass auch die Beziehungen nicht toxisch werden. Dass man kein Groll, Hass aufbaut oder dass man Gefühle auch annimmt und sagt, okay, das gehört zu mir, das Gefühl, das ich dieser Person gegenüber habe. Damit habe ich jetzt zu tun. Und bei der nächsten Begegnung schleppt man das plötzlich auch gar nicht mehr mit. Das hat alles die Quelle darin, dass man seinen inneren Raum sauber hält. Und das zweite Zitat knüpft sehr gut daran an. Das lautet, der beste Maßstab für deinen Grad an Bewusstheit ist, wie du mit den Herausforderungen des Lebens umgehst, wenn sie auf dich zukommen. Jemand, der schon unbewusst ist, neigt dann dazu, noch unbewusster zu werden. Ein bereits bewusster Mensch wird wesentlich bewusster. Du kannst eine Herausforderung benutzen, um aufzuwachen oder du kannst sie benutzen, um noch tiefer zu schlafen. Der Traum gewöhnlicher Unbewusstheit verwandelt sich dann in einen Albtraum. Und jetzt sieht man, was für ein Rattenschwanz an diesem Sauberhalten des inneren Raums hängt. Denn der inneren Raum Sauberhalten heißt auch, sich dessen Bewusstsein, also bewusst die Umwelt wahrnehmen, seine Gefühle wahrnehmen. und aus Erfahrung zu lernen, dass eine Herausforderung dich nur stärker macht. Wenn man aber von vornherein unbewusst ist und das nie lernen durfte, dann wird eine Herausforderung, wie Eckart Tolle sagt, einen noch tiefer ins Unbewusste hineinziehen. Und dann wird man immer enger, verklemmter. Es wird immer mehr Druck aufgebaut und die Herausforderungen, die einem das Leben schickt, werden immer härter und schlimmer, bis man vielleicht eine Herausforderung erlebt, die so gravierend ist, dass man die Angst vor dem Tod und vor allem die Angst vor dem Tod des Weltbildes und des Egos einfach über Bord wirft, weil die Krise so schlimm ist, dass das andere wie eine Lapalie wirkt. Die meisten Menschen neigen dazu, auch bei größeren Herausforderungen das eigene Ego und das eigene Weltbild nicht sterben lassen zu wollen, weil es sich wie der eigene Tod anfühlt. Wenn aber dann die Herausforderung so gravierend ist, dass es nicht mehr anders geht, wird plötzlich alles fallen gelassen und diese Menschen erwachen auf eine Art und Weise. Aber das bedingt oft einen großen Leidensweg davor und auch bedingt eine große Krise. Und wir sind angehalten, aus den kleinen Krisen zu lernen. Auch wenn wir nicht in einer Krise sind, an uns zu arbeiten, Bücher zu lesen, uns zu erforschen, zu schauen, was stärkt mich, was schwächt mich, wie kann ich denn mit der Situation anders umgehen? Was für andere Meinungen gibt es? Gibt es andere Weltbilder? Gibt es eine andere Sicht auf das Ego? Was ist Spiritualität? Was für Lehren bringt sie? Wie sind diese Lehren dem Materiellen entgegengesetzt, das uns die Werbung jeden Tag bringt? Sich auf diese Reise zu begeben, schützt einen dann davor, dass dieser Leidensweg so lang sein muss und man erst die richtig große Krise haben muss. Und manche Menschen haben diese große Krise nie oder diese große Krise wird dann so schlimm, dass sie wirklich Folgen nach sich zieht, die dann ein Leben, wie es vorher war, vielleicht auch nicht mehr ermöglichen. Deswegen ist es auch so wichtig für uns, sich von dieser äußeren Anerkennung abzukoppeln. Vor allem Kinder auch zu stärken, selbstbewusst zu sein, den inneren Wert zu erforschen, dass sie später dieser sozialen, abstrakten Bestätigung nicht mehr so sehr ausgeliefert sind. Und da kann man auch als Erwachsener noch anfangen. Es ist nie zu spät, damit anzufangen und sich diesem Thema zu widmen. Das Problem ist, wir werden immer abgelenkt von allen möglichen Dingen und die Ablenkung fühlt sich so gut an, weil sie wirklich ablenkt. Sie lenkt uns ab von dem inneren Weg und das funktioniert so gut, weil wir so viele Ablenkungen auch haben, dass viele sich nie mit diesem Thema beschäftigen. Und das führt im Endeffekt zu einem Wegdrücken der eigentlichen Gefühle, der eigentlichen Emotionen, der eigentlichen Arbeit an seinem inneren Raum und das führt im Endeffekt zu Unglück, zu Unbewusstheit, zu Umweltverschmutzung, zu toxischen Beziehungen, zu dem Gegenteil von Liebe, die in uns ist, die in uns lebt, die aber verdeckt wird, abgelenkt wird. Und deswegen ist das Thema Spiritualität und dem Hier und Jetzt Leben, egal von welchem, welche Bücher man liest, es gibt so viele verschiedene Ansätze. Es gibt auch einfach den Ansatz, aus seinen Erfahrungen zu lernen und versuchen, Groll und Hass nicht mit rumzuschleppen, wie die Enten, die zwei Enten, die sich auf dem Teich begegnen und kurz mal an den Flügeln zupfen, bis eine Ente sozusagen gewinnt und die andere davon schwimmt, die schlägt einmal mit den Flügeln und dann ist der Groll und der Hass, das sie verloren hat, einfach weg. Das wird einfach losgelassen und eine Stunde später schwimmen diese Enten wieder friedlich auf dem Teich zusammen herum und die Menschen tragen oft diesen Groll, diesen Hass, der hat mir was angetan und der macht was, wo ich aber eine andere Erwartung habe, jahrelang mit sich herum und bauen immer mehr davon auf, weil sie nicht erkennen, dass sie ihr Weltbild einmal hinterfragen müssen und gucken, wie kann ich denn anders auf solche Situationen blicken. Das ist am Anfang mit Schmerz verbunden, weil ein Teil von einem selbst stirbt tatsächlich und für viele, die in diesem Äußeren behaftet sind, fühlt sich das fast wie der eigene Tod an, deswegen halten viele Menschen auch an Meinungen so stark fest. Aber es ist der Beginn eigentlich des bewussten, glücklichen, erfüllten Lebens und der Beginn eines Prozesses, wo man dann auch wirklich geben kann. So viel dazu, ich hoffe, man hat verstanden, was ich damit meinte mit den zwei Zitaten und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.